Was ist exotisch? Denken wir mal drüber nach. Exotisch ist alles das, was eigentlich für uns neu ist, mit dem man nicht immer zu tun hat. Wenn man jetzt auf die Früchte geht, gilt dasselbe. Gehen wir in einen Supermarkt, das, wo wir zu Hause sind, sind Äpfel und Birnen, dann gehen wir um die Ecke, dann sind eben tropische, exotische Früchte, die natürlich das Angebot schon toll machen, aber auch ein Destillat, wenn exotische Aromen drinnen sind, ist die Vielfalt, ist die aromatische Bandbreite wesentlich breiter. Auf der einen Seite können wir exotische Töne in einem Produkt haben, das kann eine Traube sein, die destilliert wird, haben wir auch exotische Töne drinnen, oder es wird ein exotisches Produkt, sei es eine Banane oder was auch immer, destilliert. Nur, wie destilliert man eine, unter Anführungszeichen, exotische Banane? Man hat zwei Möglichkeiten, entweder man macht einen Geist, man vergeistert die Banane, das heißt, sie wird in reinen Alkohol destilliert, mazzariert und dann auch destilliert, oder sie wird vergoren und dann auch eben destilliert, dann ist es ein 100% Destillat. Exotisch ist immer toll, exotisch ist schön, aber nur, wenn man das Wort exotisch in Beschreibungen verwendet, dann ist es teilweise ein Verlegenheitsakt. Ich sage immer, exotisch, aber was? Beschreibe es genau, ist es Ananas, ist es Papaya, ist es Kiwi, was auch immer. Exotisch hat eine Riesenvielfalt und diese Vielfalt sollte auch verbal, in der verbalen Beschreibung von Destillaten angewendet werden. Als armes Gö servierte ich Ihnen heute kleine Happen sensorisches Wissen Kompakt. Haben Sie Lust auf das gesamte Menü? Ja, dann gehen Sie bitte auf unsere Webseite IWS TV oder auf YouTube. Liken Sie bitte die Beiträge, abonnieren Sie bitte den Kanal. Bis zur nächsten Folge von Inside World Spirits.